Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute Serious Sam, Siberian Mayhem. Yeah, ich bin schon immer ein grosser Serious Sam Fan gewesen, aber ich habe trotzdem nicht mitbekommen, dass es jetzt Neues rausgekommen ist. Und als ich das heute im Game Pass gesehen habe, musste ich das natürlich gerade installieren und dachte, ich nehme euch doch einfach mit, wenn ich Serious Sam spiele. Wahrscheinlich richtig schlecht, wie erwartet, aber egal. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ah. Für fortgeschrittene FPS Spieler. Mit weniger Erfahrung, nein, nicht. Es ist eine Fahrene Serious, 45. Okay. Ich denke, wir starten mit normal und schauen, was passiert. Ha. Schön ist, schön ist. Lang ist her vor allem. Serious Sam, wow. Das ist richtig lang her. Richtig, richtig lang her. Mal schauen, ob das noch so ist wie früher. So richtig blutig und verstörend. Viele Gegner. Yeah. Mal schauen, mal schauen. Ich bin gespannt. Kapitel 1. Ein Geruch nach Erdöl. Was ist das? Was wird das? Oh. Schon ein bisschen nervös. Ich muss drücken. Let's go. Let's go. Skipper's log. Finally approaching the mainland. Now I just gotta find this Tunguska place and keep General Brand from handing over the Holy Grail. Should be fun. Yeah. Haha. Sam ist zurück. Man, das ist kalt. Ja, so ist nicht schlecht. Und da löst sie sich einfach auf, Mann. Oh. Sorry, the only thing on the menu is the lead. Ekelig, verdammte Teil, Mann. Zum Glück sind die Wellen nur ein bisschen laut. Aber ich hoffe, man hört mich trotzdem noch ein bisschen so im Hintergrund. Ist es irgendetwas zum Looten oder so? Oder wie funktioniert das? Ah, ich habe ja da einfach Wegmarkierung nachher. Okay. All right. Ha. Geil, wie man es kennt. Geil, wie man es kennt. Geil, wie man es kennt. Oh, Wum, Bananul. Oh mein Gott. Scheisse, Mann, Scheisse, Mann. Ja, so leicht wird es nicht, so wie das aussieht, Mann, Scheisse. Alter, ey. Zwei Minuten im Spiel, Mann. Er ist schon fast tot, das gibt es ja gar nicht. Ah, Medis, sehr schön. Dogs or Frogs, was ist das? Ah, Rüstung, sehr gut. Und Energy, nice. Ja, der mit dem Treppen, he. Nervöse Jure, Dinge. Hm, okay, okay, okay. Ja, ein bisschen Energie wäre schön. Ah, da, schau. Oh, jetzt Schrottflinte. Komm jetzt. Ah, warum? Was? Bumpt. Bumpt. Okay. Ich denke, nicht alle. Ah, da oben ist noch einer. Ich denke, nicht alle Schrottmuni verballern jetzt schon. Wer weiss, was jetzt der Glein kommt. Ah, rote Fässer, he. Ganz... Okay. Nice. Ich muss noch ein bisschen Gesundheit mitnehmen. Aber das Gefühl, da hinten hat es sicher noch irgendetwas gehabt zum Looten. Nee, jetzt. Loot, loot, loot. Loot, loot. Ha. Ja, wo hinten auch? Du, gruselige. Nein, nein. Also. Schauen wir weiter. Ich höre irgendwo etwas da. So, noch ein bisschen... Ah, Schrottmuni. Nice. Die Hütte hat keinen Eingang. Ah, naja. Ah, ist recht windig da, so wie es aussieht. Gesundheit, sehr gut. Let's check out this oil rig. Maybe I can contact Quinn. Ja, dann können wir das oil rig anschauen. Hinter und vor und überall, oder was? Redli. Die Hütte hat einen Eingang. Yooo. Yo-ho-ho-ho-ho-ho. was zum hei du okay oh der Doppelstot nein ha headshot bitch irgendwie tönt es da noch Bomben oder irgendwie oder was piepst da so geschissen oh oh na ja 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 Dover, Mann, tschüss! before something big and nasty gets there first. Oh yeah. Ja dann, können wir schauen. Ich habe das Gefühl, das big and nasty Zeug wartet schon da aussen irgendwo. Und das. Uh, laut. Laut, laut, laut. Optionales Ziel. Die zweite Ölplattform. Und zwar die, die Hauptmission steht. Ja komm, dann gehen wir doch schnell schauen. Nachher machen wir die Hauptmission wieder weiter. Den Scheiss einsammeln. Irgendwo bringt es. Hey. Fack, du Scheisse. Man kann inna Drohnen und... Ja, aber rätt. Hahaha. Yo, what the fuck, man? Laut, motherfucker, laut. Ja. Ja. Wauw. 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 So kommt! 48 Mann, fuck that shit! So, nehmen wir hier ein schönes. Komm, gib mir ein bisschen Leben, Mann. Scheisse. Ist ja schlimm. Ah, schön. Das waren ein paar Drohnen. Gib dir selbst ein Präsent. Okay. Was haben wir hier schönes? Setz zum Nachkampf, wirst du geheilt. Tötete Feinde hinterlassen gelegentlich. Ja, eh, Mann. Nachladen. Okay. Ja, easy. Ah, da haben wir noch die Gons. Scheiss Drohnen, Mann. Scheiss. Yeah. Okay. 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 We got a problem that we have to recognize the situation here. And some Russian man speaks in English. Also. Hey, aber komm, gib mir jetzt ein bisschen Leben, Mann. Hitze, Schilds, irgendetwas, ey. Hey, jetzt im Ernst, Mann. Einfach nichts. Gut. Ah, schön. Schau da. Das ist etwas anderes. Nein. Energy. Gut. Gut. So. Holen wir uns die Scheisse, Mann. Da ist voll dauer Schneesturm, ey. Oh oh. Let's go. Fuck, Mann. Ach du Scheisse. Yo. Everyday. Once a day. Give yourself a present. Ja, und das ist jetzt der Speicherpunkt. Serious. So, also. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Hier irgendwie noch hinten durch. Die Scheisse Energie sammeln. Und verdammt. Das Teil ist recht schwer. Recht. Hö. Wo ist? Ah. Recht schwer. Also recht schwer, hä. 67 Mann, ja komm jetzt. Die Mdöre. Die Mdöre. Was? Mit Abstand. Geht das? Scheiss Drohne, Mann! Scheiss Viecher! Scheiss Dinger! Es schiesst! Okay, okay, okay. Wir sind gut dabei. Das hier war das erste. Ist da irgendwo. Komm jetzt! Ja, was ist da? Leben. Okay. Ja, so viel Leben hat jetzt das nicht gebracht. Gib mir ein wenig Energie, Mann. Gibt es ja die Energie. Energie, Bro. Nein. Also, komm. Fuck and roll. Ah, schön. Der Sturm ist vorbei. Ah, schön. Laba, 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 laba. Yeah! Oh, trailed. Hm. Hm, was ist denn das? Granatwerferaufsatz. Okay. Bindegewebe, Nanozelle. Aha. Okay, okay, okay. Hello, can you hear me? I need help. I'm in the conntower. Please, hurry! Oh, yeah. Another princess in the tower. Ja, was sind hier? Hörig, Mann! Hei, hei, hei. Ah, kurz müssen flüchten, Mann. Ich bin hier. Ich werde den Balltacken nicht durch das Fenster führen, Mann. Oh, mein Gott. Na, na, na. Ah, na, na, na. Na, na, na. Hier noch mehr. Weg! Scheisse sammeln. Jetzt kommen wir dir wieder, Mann. Ich sehe, ihr seid wirklich glücklich zu sehen. Oh, mein Gott. 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 Ah, ein Teier, da komme ich noch vor euch, Mann. Yo. So, wer rührt da Scheiss um einen anderen? Haben wir genug jetzt? Oder ist es gut? Oder? Ei, ei, ei. Yo, wasst du bei einem Mann? Scheiss! Okay. 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 Hm. Okay. Okay. Ah. Okay. 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 so rock'n'roll sind wir gleich am ziel dort ist noch einer so was hast du das Gefühl gefahren, man? hei schnell kann ich den Kopf weg schiessen da, wenn du so blöd tust, ha? da ist ja auch noch einer halt rein ist das bei einer grünen Scheisse, die da rumfliegt? ja, das ist ja zuerst mal schon noch da oben yo, what the fuck so, jetzt jetzt brah sind die kleinen, grusigen so, jetzt gut jetzt und jetzt komm, komm, komm und, komm komm, komm komm, komm komm, komm, komm Hit. Haha. Huh? Hey, ich weiss nicht, sind die perfekten Kopfschüsse? Shit! Was? Finde den Kontrollraum und öffne die Türen? Ach du Scheisse, okay. Nehmen wir hier ein lustiges, eine Fähigkeit. Ba-bim! So, nehmen wir als nächstes. Zwei Pistolen oder eine Handwaffe. Schneller nachladen. Ja, ich würde sagen wir nämlich diesen. Okay. Hm. Ah, diese Türen muss ich öffnen oder was? Aha, öff... Ja, würde ja stehen. Alter und... Was? Fast! Was ist das? 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 was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Wir versuchen es halt noch mal! So und jetzt ein bisschen konzentrieren bei dieser ganze Story! Scheisse sammeln So, und jetzt schön easy, man Schön easy Einen noch am anderen So, vorhin da kommt keiner Ihr Krusei-Guy So, ein Rally Sehr schön So Easy Okay, okay, okay Oh So No problem No problem So ein Typ, Mann Verarsche Schöner Moment Aber gleich sind wir dort Aha Liefde Liefde, liefde, liefde Liefde Liefde, liefde 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 Ja, gibt das Zeug. Ah, jetzt wäre die offene Türe, he? Ne, he. Clever. So, haben wir da schönes. Uh, eine Sturmgewehr. Oh, schau da. Die Altbekannte. Easy peasy. Das Team. Das Team da. Det Trooper. Trigo Boat. Oh, 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 oh. Nein! Nein! Huh? Was da Arsch, Simon? Ah! 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 So, man, Gott. Ich werde Leben einsammeln, wenn wir das Türchen schon wieder öffnen. Ja, wir haben es schon voll. Ja, easy. Alles machbar. Ah, 243. Warum nicht wegkommen? Gleich haben wir es geschafft. Da schreit auch schon wieder ziemlich noch. Ach du Scheisse. Idiot. Ach du Scheisse. 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 Ja, sicher nicht, Mann. Ja, Mann, aber weiß, was ich... Neee! Ein fucking Minitreffer, Mann! Ah! Nice! Nice! Okay! Weisst du? Nein! Ich kann es übertreiben! Ich kann es übertreiben! Ich kann es übertreiben! Ich kann es übertreiben! Easy peasy lemon squeezy I will see you I will see you I will see you I will see you ok und warum Zeitverzerrer und noch ein Bonuspunkt ist das nicht schön? Zweihands während dem Sprinten schiessen ist glaube ich wichtiger gut gut Die Zeitverzer Faktier 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 Oh, peraí. Oh, peraí. Oh, peraí. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, habe ich am Schluss auf Easy umgestellt oder irgendetwas. Einfach eine Stufe zurück. Und ja, dass ich nicht ewig brauche, dass ich das Video mal zum Abschluss bringe, weil wir sind jetzt doch schon wieder fast knapp 3 Viertelstunde dran. Egal, wenn es euch gefallen hat, hinterlässt einen Daumen. Das wäre Serious Sam. Ich finde es geil. Ich werde es auf jeden Fall durchspielen. Und ja, ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal. Einen schönen Tag. Hinterlässt einen Kommentar. Und ciao.